Yo Leute, hier sind wir wieder und jetzt spielen wir Basketball. Ich gegen Kevin. Yo und jetzt spielen wir. Ja, ich habe Opa vor. Wir müssen mit. Ja? Ja. Ich bin sie. Ja. Das ist die Katze. Ich bin sie. Ich bin sie. Nein. Ich bin sie. Ich bin sie. Ja, ich bin sie. Ja, ich bin sie. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Der hat immer einen ... Der hat immer einen ... Ey, nicht schopfen! Fünf zu ... Hä? Vier zu Null eigentlich! Okay, fünf zu Null für Kevin! Sechs zu Null! Ah! Ah! Oh! Mann! Mann! Immer noch sechs zu Null! Gucken, ob Kevin diesmal den reinkriegt! Und er verfehlt! Und drin! Sieben zu Null! Sieben zu Null! Sieben zu Null! Sieben zu Null! Hey, die Null! Sieben zu Null! Sieben zu Null! Null! Rebin, renn doch! Ich hab das rausgemacht! Ja Junge! Deine Linie! Kein Wissens! Nicht an den Kopf! Nein! Ey komm! Hey Junge! Scheiß mal! Ich hab Ball! Die Mongo! Okay komm es steht ein 9 zu 0! Ein 9 zu 1! Ich verfolge den Ball! Nicht der den Ball hat! Schin-chan-chan! 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 Hey Junge! Das ist ein Stein! Ich hab den Stein! Schaff ich dich echt nicht! Oh es ist kalt! Ja! Ey haben wir Hausaufgaben bis morgen auch? Nein! Doch! Nein! Doch! Bis Donnerstag! Was denn für Hausaufgaben? Englisch spenden nur! Das Arbeitsplatz! Ja! Für den Namen! Du musst deine Mutter fragen! Den Oma! Hä? Für den Namen? Für den Vater! Ja! Nein! Für den Namen müssen wir aber auch! Ja! Für Englisch! Dieses Englisch mit den Wörtern sollen wir machen! Gucken ob Bremi noch aufholt! 7 zu 2! Hä? Neu ist ein Zeichen vollkonten! Das ist ein Zeichen vollkonten! Nur damit ihr weißt! Ich bin der Coolere! Ja? Also kommt bei mir an Mädchen! Und? Und? So das war's! Das war's! Und er hat gewonnen! 10 zu 2! Und! Abonnieren nicht vergessen! Und einen Daumen hoch! Ciao! Nicht vergessen! Das war's!